Hallo und Willkommen zu meinem Silvester-Special. Dieses Tier nennt sich übrigens Blesshuhn. Und wie ihr sicher bemerkt habt, probiere ich etwas Neues aus. Ihr entscheidet, ob dieses Format, was sich Animal Commentary nennt, häufiger kommt. Sonst bleibt das Video besprechen von mir eher eine Ausnahme. Natürlich wird es auch noch sehr viel Unbesprochenes geben. Wie gesagt, das Ganze ist ein Test. Ich werde dieses Format weitermachen, wenn es euch gefällt. Nun seid ihr am Werk. Bestimmt nun mit einem Like oder einem Dislike, was ihr wollt. Ganz easy, Poodle. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Gott, was Sie? Untertitelung des ZDF für funk, 2017